Hallo Leute, die Ilselotte, die hat mir hier so eine tolle Möglichkeit gegeben, hallo zu sagen. Mein Name ist Bammel und ich wollte mal sagen, dass ich überhaupt keine Angst habe vor gar nichts. Also ich habe keine Angst, noch nicht mal vor dem Dunkeln, vor dem Hellen, vor dem Großvorsitzenden. Haha, das bin ich. Ich bin dann weg, ne? Hä? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt?